So genial investiert Bundesbankchef Jens Weidmann. Das sind die Schlagzeilen, die wir aktuell lesen können. Man könnte annehmen, private Anleger könnten viel von dem Bundesbankchef lernen. Und das möchte ich als Anregung nutzen, mit Ihnen über das Thema Herleitung einer persönlichen Anlagestrategie zu sprechen. Wie ist die Nachrichtenlage? Nun ja, die Mitglieder der Europäischen Zentralbank, also des Präsidiums, wurden von der EZB verpflichtet, mitzuteilen, in welche Finanzinstrumente sie investiert sind. Man möchte hierbei nicht die Vermögensstruktur der verschiedenen Personen offenlegen, sondern lediglich börsengehandelte Wertpapiere transparent machen, um gegebenenfalls Interessenskonflikte offen zu legen. Aus diesen Daten hat man verschiedene Schlagzeilen kreiert. Ich habe Ihnen hier eine kurze Übersicht mitgebracht. So investiert Bundesbankchef Jens Weidmann. Er hat nur eine Anlagestrategie und die ist genial. Nun ja, wenn wir uns das mal genau betrachten, dann stellt sich ja die Frage, was genau wurde denn alles kommuniziert? Weil um eine Anlagestrategie beurteilen zu können, stellt sich ja die Frage, wie genau wird sie hergeleitet? Entspricht sie der finanziellen Risikobereitschaft? Gibt es möglicherweise Restriktionen, was Anlagehorizont oder auch Risikobereitschaft betrifft? Und dementsprechend habe ich mir das Ganze mal angeschaut und Ihnen hier die Unterlagen zusammengestellt und zusammengeschnitten aus den Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank. Und was Sie hier sehen, ist sehr unspektakulär. Wir sehen hier lediglich, dass der Bundesbankpräsident in konkret zwei Wertpapiere, sogenannte Indexfonds, die passiv Indizes abbilden, investiert hat. Den einen auf den DAX, der die 30 Unternehmen der höchsten Marktkapitalisierung Deutschlands abbildet und dann noch einen globalen Indize, der auch rein auf Aktien basiert. Also, was wir nicht sehen, wir sehen weder seine private Vermögenstruktur, was Immobilieninvestments betrifft, ob er die selbstgenutzte Immobilie bereits schuldenfrei gestellt hat, ob vielleicht vermietete Immobilien da sind. Wir wissen nichts über die Höhe seines Einkommens, über die Nachhaltigkeit und die Sicherheit seines Einkommensstroms. Wir wissen nichts darüber, ob er seine Altersvorsorge bereits geregelt hat. Wir können nicht beurteilen, ob und inwieweit die Finanzierung der Ausbildung der Kinder bereits geregelt ist. Also, das alles wissen wir nicht. Dementsprechend stellt sich die Frage, wie man beurteilen möchte, ob die Anlagestrategie von Herrn Weidmann genial ist, weil es gibt überhaupt keine Grundlage. Die einzige Aussage, die man treffen kann, ist, er hat zwei Wertpapiere. Er versucht nicht, einzelne Aktien zu selektieren und den Markt zu schlagen, sondern er investiert in zwei Indexfonds, einer global, einer Deutschland. Aber wie das Verhältnis ist, wie lange da bereits investiert ist, ob er diese regelmäßig über einen Sparplan befüllt oder einmalig investiert, all das wissen wir nicht. Und dementsprechend kann niemand von uns beurteilen, ob seine Anlagestrategie genial ist. Er ist Volkswirt, er ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat einen sicheren Job. Und er besitzt zwei ETFs. Und, meine Damen und Herren, wenn das ausreicht, um die Qualität einer Anlagestrategie zu beurteilen oder auch aus Rückschlüsse für andere Personen abzuleiten, dann halte ich das doch für etwas flach. Und dementsprechend sind, meines Erachtens, die Schlagzeilen nicht ganz zutreffend. Das ist ganz nett, aber es ist keine Information, die Sie persönlich bei der Herleitung oder auch Umsetzung Ihrer Anlagestrategie weiterbringt. Dementsprechend, aus den genannten Gründen, sollten Sie nicht so anlegen, wie es Jens Weidmann tut. Der Einzige, der anlegen sollte, wie es hier dargestellt wird, das ist Herr Weidmann selbst, weil er ist der Einzige, der seine persönliche Situation und seine finanzielle Risikobereitschaft vernünftig einschätzen kann. Wie könnte nun die Herleitung einer persönlichen Anlagestrategie aussehen? Welche Punkte wären hierbei zu berücksichtigen? Und dazu habe ich Ihnen einen Ausschnitt mitgebracht, konkret das Inhaltsverzeichnis, in der Art und Weise, wie wir das darstellen. Und was Sie hier sehen, zunächst braucht man natürlich eine Finanzplanung. Wie sieht die Vermögensstruktur aus? Was ist an Vermögenswerten vorhanden? Wie sehen die Verbindlichkeiten aus? Im nächsten Schritt die Liquiditätsplanung, was Einnahmen und Ausgaben betrifft. Wann möchte ich in den Ruhestand gehen? Danach die Ermittlung der finanziellen Risikobereitschaft. Die kann man auf wissenschaftlicher Basis mittels eines der fundierten Fragebogens vornehmen. Objektive Risikotragfähigkeit spielt auch eine ganz große Rolle. Der Anlagehorizont muss definiert werden. Man muss sich die langfristigen Ertrags- und Risikoerwartungen für verschiedene Vermögensklassen, seien es liquide, börsengehandelte Vermögenswerte, aber auch illiquide Werte wie Immobilien, die muss man sich versuchen herzuleiten. Man muss da entsprechend Annahmen treffen. Dann gilt es sich, die Verteilung zu betrachten. Wie hat sich mein Portfolio in historischen Krisen, wie dem Platzen der Internetblase oder auch der Hypothekenkrise, der globalen Finanzkrise verhalten? Klar, die nächste Krise wird anders sein, aber es gibt Ihnen ein gutes Gefühl dafür, wie sich Ihr Portfolio verhält, wie weit es nach unten gehen kann. Einfach um hier die richtigen Erwartungen für die Zukunft zu haben und dann natürlich noch, ganz wichtig, die Anlage und die Anlegerebene zusammenzuführen. Und jetzt bei den Umsetzungsfragen. Das ist ja eigentlich der Aspekt, auf den dieses Genial ja in den Schlagzeilen abstellt. Herr Weidmann versucht nicht, aktiv Aktien zu selektieren oder Manager damit zu betrauen, Aktien auszuwählen. Nein, er wählt einfach passive Indexfonds. Und alle anderen Aspekte, die wir hier genannt haben, die kann niemand von uns beurteilen. Dementsprechend der Hinweis an dieser Stelle von meiner Seite. Das eine sind die Schlagzeilen, das andere ist das echte Leben. In diesem Sinne, darf ich Ihnen eine gute Zeit wünschen. Machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.